Moin, mein Name ist Joachim Hagel und ich bin Gründer und Erfinder von Beyond, deinem neuen Energy-Riegel. Randvoll mit natürlichen Zutaten und 160 Milligramm Koffein. Das wirklich Besondere an dem ist, dass das Koffein nicht so sprunghaft freigegeben wird, sondern da es in gebundener Form vorliegt, wird es wesentlich langsamer vom Körper aufgenommen und damit auch schonender. Das heißt, die Wirkungsweise verlängert sich auf bis zu 6 Stunden. Wesentlich effektiver als bei einem Kaffee oder einem Energy-Drink. Du gehst ein Level höher und bleibst da auch. Also perfekt als Pre-Workout-Riegel zum Lernen oder für längere Autofahrten. Und das Geile ist, er schmeckt auch noch geil. Begonnen hat das Ganze 2018 eigentlich als fixe Idee während meines Studiums und hat sich dann eigentlich ganz schnell verselbstständigt. Das fing an 2018 von der Idee nachher bis zur ersten Lieferung von sieben Paletten Riegel. Bis zur ersten Listung im Supermarkt haben wir einen richtig, richtig langen Weg in kurzer Zeit zurückgelegt. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es weitergeht, dann unterstützt uns gerne beim Publikumspreis der Lübecker Sparkasse und gebt uns ein Like.